Also ja, ich muss leider zugeben, ich habe die ganzen Bugs nicht so in Erinnerung. Entweder sind das Bugs, die irgendwie mit der Steam-Version oder Windows 10 zusammenhängen. Oder an die ich mich einfach nicht erinnere, weil der erste, der Vorgänger, der lief um einiges besser. Man hatte zwar auch ständig Einheiten irgendwo festhingen, aber andere Probleme wie Quests, die verschwinden. Oder dass die kompletten Map-Marker und Quest-Logs auf einmal leer sind. Gut, das Quest-Log ist auch ein bisschen anders als im Vorgänger. Viele Sachen sind anders, aber irgendwie funktioniert es da noch nicht so ganz. Und leider gibt es auch keinen Community-Patch. So, die Wolfskurve, dann die andere. Und dann, wie gesagt, hier, das hier, alles. Und dann gehen wir von da aus hier rüber erstmal. Du brauchst Hilfe. Oh, Skelett-Kuft-Vernichten hat das. Da sage ich nicht nein dazu. Leute, bewegt euch. Sonst kriege ich die Krise. Ihr jedoch habt nix Neues, nur Ugtuk. Oh, if not us. I'm going, I'm going. I agree with you. So, dann erstmal hier rüber. Ja, hier oben sind wir fertig. Hier drüben auch. Das hier haben wir, glaube ich... Ne, ich meinte das hier. Ja, haben wir auch alles. Ja, Stück für Stück holen wir uns die Orklande zurück und zerstören alles, was uns feindlich gesonnen ist. Oh, if not us. So, den Mana-Trank haben wir abgegeben. Phantom-Gruft. Oh ja, die können wir auch schnell machen. Ähm... Ne Wissensschriftrolle. Das ist die... Das ist die... Äh... We know our own words. Hmm. So. What? I agree with you. I thought so. Yeah, yeah, yeah. I agree with you. Um eine Phantom-Gruft können wir uns auch gut kümmern. Pillage. I thought so. I agree with you. I agree with you. Also, ja, da die Phantom-Gruft. Sind sogar nur zwei Einheiten drin. We are under attack. My troops are under attack. I agree with you. So, jetzt ist nur noch der Verteidiger drin. Pillage. Was das Ganze um einiges einfacher macht. Also, grundsätzlich mag ich dieses Spiel. Die ganze Idee hinter diesem Spiel. Das ist ein Strategiespiel. Ohne Aufbau-Part, aber dafür mit sehr viel Taktik. Und durch den Zauberer. Wird das Ganze sogar nochmal besonders. Aber ja, die Bugs stoßen einem doch sauer auf mittlerweile. Und durch den Zauberer. Ich dachte so. So. Ich agree with you. Wir sind übrigens ja von unserer tollen kleinen Hütte hier unten umgezogen in den Turm hier oben. So, und ich sollte eigentlich immer bei meiner Armee bleiben. Nicht, dass sie sich wieder irgendwo verkeilen, das ist dann unschön. Okay. Tuk Tuk macht uns ein gutes Angebot. Ach, das da hinten ist tatsächlich noch mal eine Ogre-Hütte. Das wird spaßig werden. Aber wir haben ja jetzt Berserker. Und ihr seid Plünderer. Gucken wir mal kurz. Nicht hier rein, sondern hier rein. Wir haben Angreifer, Kämpfer, das sind unsere Grundtruppen, Plünderer und Berserker. Ogre-Schmetterer sind eigentlich auch Truppen. Und Schamanen. Und gute Schamanen. Das ist bis jetzt das, was wir kennen. So. Das heißt mal wieder ein Quick-Safe machen. Ich agree with you. Oder das Problem ist, ich muss die Quick-Safes wirklich direkt über meine Armee machen. Probieren wir es mal. So. Weil manchmal merkt sich das Quick-Safe nicht mal die Koordinaten und ich lande in der oberen Ecke. Mit der Kamera ist mir schon aufgefallen. Ich weiß nicht, ich muss ja sagen, dass ich eigentlich am liebsten in diesem Spiel Goblins habe als Volk. Sie haben jetzt nicht gerade die stärksten Nahkämpfer, aber dafür haben sie gute Fernkämpfer und Fanketten. Hier oben müssen wir lang. Ich agree with you. Ich glaube, es ist nicht so. Achso, ja, stimmt, da ist ein Nick proband. Wir kennen unsere eigenen Worte. Du kannst nicht ohne uns gehen. Okay, Heilung für dich. Am besten noch mehr für dich. So, und jetzt schießt du bitte auf den. In der Wissensschriftrolle war da jetzt auf einmal drin und war auf dem Gold. Okay. Die geht an dich. So, jetzt die Warrockhöhle. Warrockhöhle. So, dann gehören wir mit den Jungs. Ich glaube mit dir. Ich glaube mit dir. Wer? Ja? Ja. So, Schamane hat wieder die nächste Stufe. So, Schamane hat wieder die Stufe erreicht. Ihr könnt euch diesmal alle noch bewegen. Gut. Ja, der Ogre, die Ogre-Hütte da oben wird wieder Drucken kosten. Könntet ihr bitte den richtigen Weg nehmen und nicht irgendwie versuchen, da den Hang hochzulatschen? Ich agree with you. Schlimme ist ja, neben der Ogre-Hütte ist noch eine andere Höhle. Äh, neben der Ogre-Hütte ist noch eine andere Höhle. Ich agree with you. Eine Wolfshöhle, okay. Agreed. Heeeehaw! 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 Vielen Dank.